Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Und das schließt im Grunde genommen ein bisschen an, an die vorherigen Verse. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Also du willst nicht, dass du verarscht wirst von anderen, dass jemand dir beispielsweise, um dieses Beispiel hier anzuwenden, aus Vers 10, eine Schlange gibt, wenn du mal einen Fisch bittest. Nun, hier ist das Ding. Erwarte nicht, dass andere dir Gutes tun, sondern tue anderen Gutes, wenn du willst, dass andere dir Gutes tun. Was sagt Vers 12 im Grunde genommen aus? Ergreife du zuerst die Initiative, anderen das zu tun, was du willst, was sie dir tun sollen. Du willst respektiert werden? Okay, respektiere andere. Du willst, dass andere dir helfen? Hilf anderen. Sei du hilfsbereit. Warte nicht darauf, dass jemand anderes für dich dein Nächster wird, in dem Sinne, dass er dir hilft, dass er dich liebt, dass er dich respektiert, sondern gehe du zuerst den Schritt auf andere zu. Sei du hilfsbereit. Sei du respektvoll. Sei du höflich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sei du für jemand anderes sein Nächster, ohne etwas zurückzuerwarten. Das ist hier nicht irgendwie gebunden an einen Lohn, dass du irgendetwas zurückbekommst. Dass du, ja, unbedingt in jedem Fall das zurückbekommst, was du dir erhoffst. Aber hier ist das Ding. Wir sollten nicht einfach erwarten, dass andere uns Gutes tun, einfach so, sondern wir sollten die Initiative ergreifen und zuerst anderen Gutes tun. Alles tun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen. Das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Also nicht einfach nur, nicht anderen nichts Schlechtes tun, sondern anderen Gutes tun. Ergreife du die Initiative. Das ist hier die Idee dabei. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, denn es Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Oder nochmal zurück zu Vers 12. Ich habe das vergessen. Es heißt dann hier am Ende von Vers 12, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Das erinnert natürlich an andere Versen in der Bibel, wo es zum Beispiel heißt, dass das ganze Gesetz zusammengefasst wird in dem einen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also das ganze Gesetz, nicht nur Teil des Gesetzes, sondern das ganze Gesetz wird zusammengefasst in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist im Grunde genommen die gleiche Aussage wie hier in Vers 12. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten, das ist die Essenz des Gesetzes und der Propheten, eben anderen Gutes zu tun, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und das schließt das ganze Gesetz ein. Da gehören alle Gebote dazu. Das heißt, auch die Gebote, von denen angebliche Christen heutzutage nichts wissen wollen, wie zum Beispiel die Todesstrafen, die gehören dazu. Wenn du deinen Nächsten liebst, dann solltest du auch wollen, dass derjenige, der deinem Nächsten etwas zu Leide tun wird, entsprechend bestraft wird, nicht wahr?